Ihr wolltet es wissen. Das ist auch richtig. Ich glaub, ich hab das Wurly-Bett zum Laufen gekriegt. Sein Ernst? Hast du mir nicht gesagt, dass Luther da mit drin steckt? Ich hatte alles im Griff. Ja, das sieht man, dass du alles unter Kontrolle hattest. Okay, ich bleibe hier und geh dir zur Hand. Du weißt, ich kann alles. Weißt du, was drin war? Was? Kryptonit. Das war es, was sie wollten. Das treibt den Dekonstruktionsapparat an. Der Detektor am Batmobile hat Kryptonit aufgespürt. Damit können sie jetzt deine Gadgets und meine Kräfte neutralisieren. Die Frage ist, warum? Was haben die vor? Ich weiß nicht. Aber wir müssen dieses Kryptonit kriegen. Und damit kommen wir dorthin. Voila, das neue fliegende Batboot! Hügel? Hügel? Was macht Robin? Robin sein. Unwillkommene Gäste haben wir abgeschlossen. Und dadurch auch ein freies Spiel erstellt. Abgeschlossen? Ich hätte das nicht verstehen können, was da stand. Ich verstehe sowieso meine gar nicht. Du bist einfach. Uka Matsch gerade. Du bist auch nicht nuevos seid. Der ist dann... Natürlich. Du bist doch nie zu lange wach. Robben ist der Beste. Wirlestir. Euer in Gefahr. Du bist noch nie zu lange wach. Du bist halt gestern sogar noch... ...beschlafen zwischenzeitlich. Ich mach die Ohrregel mal ruch. Ich bin mir überhaupt aufgestanden. Hm? Ich bin mir überhaupt aufgestanden. Halb acht. Aber du hast doch gesagt, du liegst auf der Couch und hast noch ein bisschen geschlafen. Nein, das ist kein wiederum erholter Schlaf. Wenn man so eindöst, dann nimmt man auf. Ja. Jagd in der Höhe. Oh, das klingt nach ziemlich viel Fliegen. Ja, bitte. Kann ich denn bekommen? Gerade nicht. Hast du die Vögel echt nicht? Ja, Vögel. Vögel. Wie, wie, wie. Na, toll. Ja, geil. Bist du rausgetappt? Jetzt musst du an sich eigentlich... Was denn? Ach. Den linken Gang. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, das Bild. Sehr kapper, das Bild. Neues Hintergrundbild. Muss ich Flyman spielen. Weil ich jetzt endlich mal Batman bin. So durch diese Glänzen kommt. Wo geh ich denn runter? Robin ist da weg? Ja. Der ist doch ertrunken. Ich meine, ich verstehe nicht, wo du bist und wo ich bin. Ich bin in deiner Betthöhne. Ja, wo bin ich? Du bist irgendwo draußen. Der hat nur Kuchen, den er wirft. Der hättest gar eine Ahnung, wo es denn kommt. Der baut ja unglaublich schnell. Der baut ultra schnell einfach. Ich bin in deiner Betthöhne. Ganz tolles Bett. Nice Hintergrundbild. Von dir, Pascal. Finde ich aber schön, dass du das denn so verewigen möchtest. Ach Gott. Warum tust du das? Jetzt instan. Da müssen wir hin. Weiß nicht, glaube ich gerade schon. Aber du scheinst ja die Betthöhne wieder zusammen zu bauen. Oh, sie kaputt. Ich fliege da hin. Warum kann der nur so langsam fliegen? Oh, wie cool. Ich gucke gerade voll auf deinem Bildschirm, nicht auf meinen. Ich bin Superman! Ich bin Superman! Wuuu! Ja, außerdem finde ich gerade keins. Wobei, da stand bestimmt ein Auto. Ich hatte den Superman. Den Superman. Die Sache, mein Hirn ist noch Matscher. Hast du mir jetzt die Hälfte geschafft? Das ist nicht mal die Hälfte. Ja, sicher. Irgendwas beträchtlich falsch gemacht. Ich bin schon mega müde. Ich bin ja auch schon bei 24. Alles wird gut, maybe. Oh, wir müssen fliegen. Hallo. Du machst irgendwas. Man kann das nicht mehr nehmen. Wir sind hier und was. Dann bist du hoch, ja. Oh, 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 oh. Okay. Ich dir sage nicht. Du musst auch mal auf die Seite. Hier. 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 Hier, weil das ist Gold. Das musst du machen. Du bewegst dich. Hey. Hier. Mister. Quit Арgeisi. Ich kann das nicht attacken, weil ich nicht nach links kann. Weil du mein Input blockiert hast. Ich bin fast tot. Da unten. Unten. Ach so. Aber. Da. Ja. Du hast es nicht gesehen. Da geht's. Kann nicht angreifen, weil ich dich da angreife. Bonus Gegner. Döte sie. Sind sie einfach so. Kannst du die goldenen Sachen da noch zurück machen? Ja, ja, ja. Ach, schon. Viel zu spät ist es. Na. 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 Ja. Die Aufsprache und das Aim. Weltmeinisch. Aber, dass er das so hinbekommt. Was? Easy. Wozu Aim? Rotation Aim. Man weiß hier nie wo man noch hinschießen soll, wenn es eh schon alles fertig ist. Ja. Da wo sie von Menge ist. Da wo sie von Menge ist. Da ist schon wieder was. Na, genau. Mal gucken. Das ist voll geil, dass man das nicht sieht, ne? Ich sehe alles. Okay. Okay. Ach, kriegst du keinen Input? Nein. Weil ich keinen Input habe. Ja. Das ist so. Ich will nach links. Ich will nach links. Über die ganze Zeit breit. Wildmanish is stealing. Das ist mein Freund. Wildmanish. Boah, überhaupt habe ich die Robins. Alle Batmobile und dergleichen. Alles. Habe ich alles kaputt gemacht. Ja. Das hat richtig gut hinbekommen. Ein guter Batman. Big Boy. Oh. 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 Easy Tischt. Oh, du musst links und rechts raus. Oh. Ich hab dich getötet. Nein, nein. Du musst links und rechts raus. Grab it. Okay. Ja, du sollst sie. Wie ist das einsammeln? Die Dinger interessieren mich nicht. Nee, ich aber schon. Was muss ich denn generell machen? Nimm den Lilanen. Nimm den Lilanen. Nimm den Lilanen. Ist das noch so easy? Speicher erstmal. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes spannendes. Wie sink ich. Du musst einfach warten. Dann sind sie sich von selber. Okay. Ich merke nicht, wenn er gesungen ist. Ja, du müsst ein Stück nach vorne dann. Ich hab alles. Nein. Ich sammle dich satt sein. Ich hab die eingesammelt. Die sind dann noch. Das sind Illusionen. Du schaffst das doch. Der kann nicht nach unten fliegen. Ja, aber du musst da ein bisschen anders dahin fliegen. Du kriegst das hin. Ja. Geht nicht. Komm, probier's. Kaputt. Da sind auch noch welche. Noch tiefer geht nicht. Er ist schon bis zum Boden gefallen. Nimm die Blöden. Untastbar. Oben sind auch noch welche, die kaputt machen muss. Ahja. Oben sind auch noch welche, die kaputt machen muss. Ohhhh. Ich seh nix. So. Eine Müdigkeit. Was ist das denn? Ohhhh. Pall ist müde. Deswegen denkt er ja, alle anderen sind auch müde. Dann sind sie nur mein Surfer. Die VR ist nicht vorgeträumt. Robin. Nein. Das ist ein Muckidihoop. Ja. Oh ja gar nicht. Da war ein Anzug. Ohhhh. Außerdem kann auch Batman rufen. Ich bin jetzt greif an. Gott. Hast du ihn jetzt vom Geruch? Ach. Ja. Okay. Die haben ihn einfach one-hated. Ich benutze einen Neuen-Pingum-Deck da links. Ich benutze einen Neuen-Pingum-Deck da links. Kann ich nicht, ist keine Bette. Oh. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Was hat denn? Auf vielen Dank. Aua. Gern geschehen. Ich habe das Gefühl, mich zu strecken. Auf dieses Leben. Kannst du gleich schlafen gehen? Nein. Bist ja. Kann ich doch nicht alleine lassen. Ja, das geht schon mal gut. Den liegt ich halt ein paar Stunden. Null. Ach da. Und was spielst du dann? Ja, die Valley oder sowas. Wenn du mich wächst. Wann darfst du es dann merken? 20 Uhr. 20 Uhr. 21 Uhr. Okay. Dann werde ich dich wahrscheinlich ins Bett sparen. Aber da sind noch Finger. Habe ich eingesammelt. Nein, da. Ich kann nicht fliegen. Da. Ich bin Batman. Ich kann nicht fliegen. Du bist nicht Batman. Da. Der kann nicht fliegen. Okay. Du musst einmal mir helfen, dich hier links und rechts ranzuhängen. Ich kann nicht fliegen. Kann nicht hängen. Ich kann nur fliegen. Sing doch! Komm, wir machen noch diesen Level. Superman macht einen Batman zu würfen. Das ist echt superman jetzt. Losfliegen. Ist so. Ich möchte dann, dass du Stardew Valley spielst. Wenn ich dann wiederkomme, dann hast du diese ultimative Stardew Valley Mega Farm. Ja. Gehe. Bitte fünf Minuten. Du musst da ziehen. 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 Was soll ich ziehen? Dieses Ding da. Ich kann das nicht ziehen. Da ist Uranium. Und ich muss das erst zubauen. Ach so. Du. Ist das nicht Kryptonit? Egal. Das ist irgendwas, was Superman auch kann. Was ist, wenn der einen Gegner hat, das nur aus den Dingern besteht? Was meinst du, wer bei Batman versus Superman gewinnt? Superman? Nee. Ja, nee. Nee, ich hab nicht richtig zugehört. Wieso? Wie ist das? Wie ist der mit Laser? Ich habe dann ein Pfeif drückt. Gptonit ist nicht Uranium. Kann recht. Ich habe das ganze doch nie geguckt. Du weißt, dass es so viele Figuren gibt, die wir mit der Manie beschäftigen. Es gibt so viele Gamer hier. Was ist denn da für ein Geschenk? Du sollst kämpfen. Superman Walfisch in der Luft oder was? Ja, genau das. Ich bring euch alle um. Ich hab's auch nie wirklich losgeschaut, aber ein paar Sachen weiß man. Siehste? Weiß man halt nicht. Oh doch. Gern einfach schlafen. Wenn man sich dafür null interessiert, dann weiß man. Kann man sich für Batman lieben? Ja. Ist mir leid, andere Dinge zu tun. Ja, ich glaube wir haben genug jetzt. Gut gemacht. Man kann nie genug. Okay. Was ist das? Ich glaube ich habe alles repariert. Ich glaube ich habe eine Trade-Mine gefunden. Das kann nur der Genre öffnen. Wie oft soll man das Spiel denn eigentlich durchspielen? Nein, du machst eigentlich nur so das erste Spiel, dann kaufst du alle anderen Charaktere und mit den Charakteren kannst du dann äh, kannst du dann eben diese ganzen, ich glaube du kannst auch dann switchen und so. Ich. 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 Ich muss jetzt wieder raus. Nein. Das ist wie eine Atombombe. Eine Lego Atombombe? Wirklich? Hä? Eine Lego Atombombe? Ja? Warum nicht? Du musst das da lasern, anstatt mich in Eis verwandeln, zu verwandeln. Ich mag das. Ich kann das nicht, wenn ich so nah dran stehe. Wenn das eine Atombombe gewesen ist. Ist halt gut gepanzert. Achso. Die kann nur gut gepuzzt. Was ist das? Ah. Würdest du das auspusten? Wie geht das? Du pustest die ganze Zeit. Und jetzt fragst du, wie das geht? Ich drücke irgendwie die Knöpfe. Ach, jetzt weißt du auch, wie das ist, die ganze Zeit eingebunden zu werden. Du bringst mich die ganze Zeit um, du frierst mich die ganze Zeit ein. Was ist das? Ich muss den Streamern zum Hörlermachen, indem man sie immer umbringt. Kannst du dir das einmal kaputt machen, auch auf der Seite, damit da nix mehr spawnt? Wenn du deinen süßen Po mal hier hin bewegst. Ich bete, man hat keinen süßen Po. Eigentlich auf dich. Am Wagen bleibt man morgen. Ich weiß es nicht, ab 6 Uhr kann man das schon sagen, glaube ich. Du kannst es ab 0 Uhr eins machen. Was ist das denn? Hört einen Puppet hin. O.G. Okay. Ey, I can fly. Sooo, sie kriegt den ganzen Loot da unten. Oh. Oh. Der Ding hat den ganzen Loot verfahren. Ich will das gar nicht. Mach ich jetzt einen auf Wingsuit? Oh Gott, ich hab's geahnt. Dude. Nein, kann ich dich retten. Und wie meinst du das jetzt? Wie rette ich den? Ist einfach kaputt. Hau drauf. Der Superman ist zu blöd. Der ist ein. Der ist ein. Oh nein. Ich kann das nicht aussprechen, George. Ohaiooooooo! Ja. Also das Ohaio hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen. Sicherlich. Unsere weiß ich nicht. Dafür bin ich sicher. Hast du deine Aufgabe gelegen? Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Willkommen in meinem Leben. Wir müssen da irgendwie rein, aber keine Ahnung wie. Oder warte, wenn ich... Vielleicht einfach mal durchbinden? Das geht ja nicht. Ist doch obvious, du musst es kaputt machen. Dein Mathe ist doch auf der anderen Seite kaputt. Ja, das kannst nur du. Probier es doch einfach mal, weil das funktioniert nicht. Das funktioniert, du musst deinen Spezialfähigkeitsgedöns einsetzen. Ah. Oh. 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 Jetzt bist du in den Floor oben. So, ja jetzt kannst du... Kannst auch... Wie ich den Dude rette? Immer wieder denken? Ja. Das wollen gnaden werden пожалуйста. How came den Weg? Ich bin Müller mal. Ich weißen... Nicht meine liebste Art zu reisen. Nun sei nicht eingeschnappt. Nicht cool. Witzig, dass Batman nicht... Konnte er noch nie. Kann nur gleiten. Ich auf Leonardo DiCaprio. Super schön. Leonardo Da Vinci? Aber Leonardo Da Vinci's Flugmaschine funktioniert mit dem gleichen Prinzip. Die gleitet auch noch. Das war cool. Das war wirklich witzig. Es wird wirklich wieder hell. Es wird wieder hell! Oh mein Gott! Jetzt geht die Zeit schneller um. Na gut, es wird Baltak und die Wähler strömen zu den Urnen. Also schlagen wir los. Ist das nicht das Lexus-Logo? Okay, es hätten nicht alle Lichter aus sein müssen. Es hätten nicht alle! Boah, wir haben Superman endlich mal dazu. Oh Gott! Wenn ich jetzt sehe, wie viele Charakter man noch freischalten kann. Ist aber normal bei Leo. Alle mit DLC verfügt. Ich halte aber noch irgendwen. Level abgeschlossen. Wir sind Super-Elves. Wir haben nichts. Ist er jetzt ins Bett? Nein.